Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer anderen Folge Minecraft. Und heute haben wir wieder ein Update bekommen und zwar ganz einfach geht heute der Kalender los. Ich möchte euch schon nochmal darauf hinweisen, geht wirklich online, holt es euch, es ist alles kostenlos. Und es ist wirklich das, was ich meinte, es gibt Welten, Skin-Pakete und Texton-Pakete, die ihr täglich abgreifen könnt. Vergesst nicht euch einzulocken, denn sobald das nächste Türchen auf ist, ist das erste für euch geschlossen, falls ihr es euch nicht geholt habt. Im heutigen Türchen haben wir eine richtige Welt bekommen, wo ein kleines Minispiel erhältlich ist. Und zwar könnt ihr da mit euren Freunden ein Wettrennen auf Booten machen, das heißt natürlich so Schlittenfahrt, einfach mal in Minecraft kostenlos erhältlich jetzt. Da gehen wir auch gleich rauf und gucken uns das Ganze mal an, ihr könnt unten auch gerne bewerten. Ich fand das super, die Welt, und war für mich 5 Sterne gleich mal wert. Und schon bin ich auf der Welt, die wir heute am 21. erhalten haben. Ich finde wirklich eine sehr schöne Welt, die besonders kostenlos halt ist. Hier haben wir gleich, wenn wir es wollen, noch Werbung zu anderen Welten, die wir aber leider kaufen müssen, wo auch noch weitere kleine Minispiele drauf sind. Und die Welten sind natürlich etwas teurer, aber dafür hast du da auch ein bisschen mehr Spielspaß. Aber dazu komme ich jetzt nicht einfach mal. Wir haben hier ein komplettes kleines Minigame erhalten, wo wir hier spielen können. Hier haben wir zum Beispiel den Start. Der funktioniert auch alles. Wir können hier, sage ich mal, einfach mal, ich drücke jetzt einfach mal, also eigentlich müssten wir hier, sage ich mal, uns einfach ein paar Schlitten holen. Ich habe jetzt hier ein grünes. Das platziere ich mir jetzt einfach mal hier irgendwo hin. Zack. Und dann, ja, können wir hier einfach Start drücken und dann geht das ganze Spiel auch gleich los. Ready. Alle Leute gehen dann an den Start. Und wenn man sich dann hier in diesem Boot befindet, dann sollte es eigentlich gleich losgehen hier. Ah ja, dann bingt es auf und dann können die Leute gleich losziehen und dann kann man hier los. Aber das machen wir heute nicht, denn das Ganze hebe ich mir noch auf, wenn mehrere Welten halt noch rauskommen. Dann spielen wir mal alle so nacheinander weg. Und dann lade ich auch noch ein paar Leute ein. Dann machen wir das Ganze ein bisschen mehr Spaß, als wenn ich jetzt hier alleine euch das Ganze zeige. So, wenn ihr euch die Welt auch holt, könnt ihr euch da auch ein bisschen erkunden. Zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen Ahnung von Commands habt. Ich habe mir die Welt schon kurz vorhin angeguckt. Und das heißt dann einfach hier beim Start, da müsst ihr euch einfach mal runterbuddeln. Ich weiß, ich mache jetzt hier die Welt kaputt, aber man muss sie einfach kurz runterbuddeln. Dann habt ihr hier einen kleinen Einblick, wie das Ganze funktioniert. Haben die Macher hier so gemacht. Ich selber habe auch schon ein bisschen rangeguckt. Passt auf, wenn ihr irgendwas wegkaut, weil manche Command-Blocke sehen genauso aus wie normaler Betonblock. Dann kann man hier rangehen und sich das Ganze mal angucken, wie die Leute das hier gemacht haben. Finde ich auch sehr interessant, sich das Ganze mal anzugucken. Manche Commands kannte ich selber noch nicht. Und da kann man das ein oder andere bestimmt noch rausnehmen und lernen. So, aber ansonsten finde ich die Welt super. Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder, wie das Ganze hier so aussieht. Ich reprässe mir das Ganze, denn ich will die Welt ja noch später noch nutzen. Von daher hau ich sie jetzt nicht so doll kaputt. Kannst du natürlich machen. Die Welt ist wie gesagt kostenlos heute. Und lasst euch das Ganze nicht hingehen. So, ich zeige euch noch ein paar Bilder der Map. Aber warte mal, eins gibt es noch. So, und zwar, wenn du halt in den Creative gehst und dich aus der Welt raus, also rauspackst, rausfliegst, wie du es sehen möchtest. Siehst du einmal, wie sich das Ganze aufgebaut wurde. Sie haben hier große Blöcke halt gespawnt. Daraus sind die Map gebaut oder Kreise haben sie auch hin teleportiert und dann hier sich die Map rausgebaut. Aber worum geht es jetzt nicht? Sie haben hier einfach ihr Logo nochmal draußen hingemacht vom Spiel. Finde ich auch super. Das würde man ja eigentlich gar nicht sehen. Das haben die Macher an sich für sich selber halt hingemacht. Aber für sich, man sieht das ja gar nicht, wenn man gar nicht in Creative geht und hier raus geht. Eigentlich super toll. Könnt ihr euch auch mal angucken. Ich finde, glaube ich, das haben sie sich hier reingescannt. Weil das Ganze ist ja doch schon hier sehr mit Pixeln gemacht worden. Also das, glaube ich, nicht hat das einer gebaut. Aber ist ja auch egal. Sieht eigentlich cool aus und man kann sich die Welt echt mal erkunden. Sie ist echt groß. Ich würde sagen, ein paar kleine Bilder zum Einblick. Die Map hat auch eine eigene Spielmusik. Die werde ich dir aber jetzt nicht anmachen, weil ich nicht genau weiß, ob ich die halt nehmen darf. So, da bin ich jetzt auch schon wieder im Miniplex drin. Heute sehen wir das Ganze mal einfach als Let's Play, denn es ist wirklich zur Zeit richtig viel in Minecraft. Und wir kommen nicht richtig dazu, jetzt auch ein Let's Play zu machen. Von daher nehmen wir das einfach mal. Und zwar möchte ich euch gerne in Miniplex noch viele Neuheiten zeigen, die ihr euch auch nicht unbedingt entgehen lassen solltet. Zum einen kommen wir jetzt hier zum Weihnachtsspecial, was hier auf dieser Open World von Minecraft drauf ist. Also von Miniplex. Und zwar könnt ihr jetzt so wie zur Halloween-Side Kisten einsammeln. Und zwar sind das hier Schalker Kisten. Ich habe leider schon einige eingesammelt von euch. Kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Also ihr müsst nur einfach diese Kisten anklicken. Jede Kiste zählt nur einmal. Ich habe diese schon gefunden. Ihr müsst 210 Kisten finden. Ich selber habe erst 200 Kisten gefunden. Ich vermute, das wird so wie zur Halloween werden, dass ihr, sag ich mal, nicht alle Kisten gleich am ersten Tag halt bekommt. Sondern, dass nach und nach immer weitere Kisten freigeschaltet werden. Weil ich habe auch viele Stellen auf der Map schon gefunden, wo noch Platz ist und wo Kisten hätten versteckt werden können. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass halt noch nicht alle da sind, die in den nächsten paar Tagen kommen werden. Ich werde darauf achten. Ich werde, ja, sag ich mal, mich anstrengen, die Kisten zu finden. Aber ich habe, wie gesagt, erst 200 Kisten gefunden. Wenn du selber auch auf Miniplex spielst, kannst du ja mal sagen, wie viele Kisten du jetzt schon hast. Wir haben heute den 21. Von daher sage ich, was du heute gefunden hast. Weil am nächsten Tag könnte halt schon wieder Kisten drauf sein. Da müssen wir einfach mal gucken. Und vielleicht findest du ja mehr. Aber ich glaube nicht, weil ich habe wirklich jetzt schon, ich würde mal sagen, zwei Stunden jetzt hier auf dieser Map verbracht und echt rumgesucht. Und ich habe echt nur 200 Kisten gefunden. So, das ist schon mal eines dieser neuen Features. Zweite Sache ist, das ist jetzt schon ein paar Tage länger draußen. Aber ich fand das jetzt halt nicht so doll, dass ich euch das gleich zeigen musste. Und zwar im Shop kann jeder, der halt ein bisschen Geld noch hat, sich einen neuen Rang kaufen. Und zwar gibt es hier den Duke Rang und den Ducheness Rang. Das sind eigentlich zweimal der gleiche Rang, halt nur einmal für den Jungen und einmal fürs Mädchen. Das gleiche zählt nochmal für den Lord Rang. Wir hatten ja erst den Lord Rang erhalten, jetzt gibt es den Lady Rang. Das Ganze kostet 10 Euro für Lord und Lady. Ist halt beides das gleiche. Also wer den Lord Rang hat, sollte sich nicht den Lady Rang kaufen, weil ihr halt keine neuen Funktionen. Beim Ducheness Rang hier oder wie das halt ist. Die beiden zwei Ränge sind genau komplett identisch. Halt Jungen und Mädchen. Könnt ihr euch aussuchen, was es ist. Das ist dann halt nur vom Titel her anders. Ihr erhaltet hier für 20 Euro 5 Kisten im Monat und einen 150%igen Schadbonus. 15 Spielersitzungen könnt ihr erstellen. 150 Freundinnen in der FL haben und 10 exklusive Partikel für euren Skin. Hier sehen wir das Ganze. Ich werde mir das Ganze jetzt nicht holen, weil ich finde so für 20 Euro ist das Ganze doch ein bisschen überteuert. Wenn wir einfach mal dafür ausgehen, dass ich mal kurz auf meinen Lord Rang gehe, erhaltet ihr das gleiche für 10 Euro. Zwar erhaltet ihr nur 3 Kisten statt 5 Kisten im Monat und einen 100%igen Schadbonus. 12? Ja, ihr könnt eine Gruppengröße von 12 machen. Ihr erhaltet ein Haustier, was ihr beim anderen nicht erhaltet. Auch hier erhaltet ihr Partikel und sogar Kostüme. Also ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen Mineplex spielt, dann empfehle ich euch mehr den Lord Rang als den Dutchness Rang. Aber am Endeffekt kaufst du ja selber das. Also musst du selber gucken, was du gerne nehmen möchtest. So, dann war es das Ganze hier auch. Also mehr als Ränge und die Kisten sind hier nicht. Ihr müsst einfach mal nur gucken, ob ihr die ganzen Kisten findet. Die sind hier echt überall in der ganzen Sitzung verteilt, Freunde. Müsst ihr echt rumgehen. Hier im Schloss sind welche drin. Da oben sind welche. Ihr müsst überall gehen. Ich werde das Ganze nicht zeigen, wo die sind. Weil ich finde einfach mal, selber suchen macht viel mehr Spaß, als wenn ich euch das Ganze zeige, wo jede einzelne Kiste ist. Na gut, die erste zeige ich euch. Einfach hier ist schon mal die erste. Also fehlen euch denn noch 209 Kisten, wenn ihr anfangt. So, ansonsten war es das Ganze hier. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Ich versuche jetzt auch täglich euch immer zu zeigen, was im Türchen drin ist, damit ihr immer täglich wisst, lohnt es sich hinzugehen oder nicht. Jetzt für das erste Türchen, für diese Map. Wirklich eine sehr schöne Map. Und besonders, wir dürfen nicht vergessen, sie es umsonst lohnt es sich, sie einzulocken und sie sich einfach runterzunuckeln. Oder ihr müsst es einfach nur bestätigen. Hauptsache, ihr habt es bestätigt. Dann könnt ihr euch das immer runternuckeln, wann ihr gerne möchtet. So, ansonsten war es das hier, Freunde. Ich bin raus. Nicht vergessen, bleibt aktiv. Jeden Tag kommt jetzt hier also ein Video, wo ich euch zeige, was so neu ist. Und dann gibt es noch am 24., also am Sonntag, kommt das Weihnachts-Special. Seid aktiv, guckt es euch an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in einer anderen Folge wieder. Oder morgen halt. Und dann haut es rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.